Jawohl, einwandfrei war. Hä, was ist denn da da? Was ist los Hans? Ich kontrolliere da, ob all die Öpfel schön und rund sind. Aber jetzt schau dir mal die langgezogenen Bürste da an. Hans, das sind keine Öpfel, das sind Beeren. Tch, red nicht so gescheit, hilf mir lieber. Feine Schweizer Öpfel, natürlich aus der Schweiz.